Hast du dir mal überlegt, was es bedeutet, wenn dein Kind rhetorisch gut ist? Hast du dir mal überlegt, wenn dein Kind tatsächlich kontern kann, gute Fragen stellt, wenn dein Kind plötzlich in Gesprächen richtig gut ist? Was bedeutet das? Folgende Situation, ein Seminar gehabt und da war eine Schülerin dabei, ich schätze so 14, 15. Unfassbar, wie gut die war. Das war der absolute Hammer. Die Schülerin war sehr, sehr gut im Präsentieren, hat immer mal wieder richtig schön schlagfertig reagiert, hat sehr gute Fragen gestellt und ich habe überlegt, wie wird das sein, wenn der Lehrer oder die Lehrerin mit der aneinander kommt, geredet, habe ich sie gefragt und da sagte sie plötzlich, naja, meine Zensuren sind in manchen Fächern nicht so gut. Ich sage, okay, wie kommt das? Und da sagten sie, naja, wenn dann so ein Lehrer sich angegriffen fühlt, kriege ich halt eine entsprechende Note. Und ist das spannend? In dem Moment, wo unsere Kinder, unsere Jugendlichen plötzlich gut sind, wo sie plötzlich sagen, was sie denken, wo sie auch mal gegenhalten, kriegen sie eine schlechte Zensur, weil dann heißt es, du bleibst schön hier im System, dich drücke ich zurück dahin, wo wir dich haben wollen. Und ich sage hier deutlich, es ist wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die diskutieren können. Es ist wichtig, dass wir Kinder und Jugendliche haben, die auch mal gegenhalten, die auch mal was sagen, was unangenehm ist. Und das geht mir genauso, wenn ich in Seminaren mit Jugendlichen bin, die auch mal sagen, du, das und das gefällt mir nicht, aber dann heißt es, geh damit um. Hinterfrage, was genau wollen die Schülerinnen, die Schüler von dir? Was genau wollen die Jugendlichen von dir, damit es für die gut ist? Und mit welcher Arroganz gehen wir rein, wenn wir sagen, naja, so wie ich das mache, ist das richtig, ist das gut? So wie ich das mache, wird das hier gemacht und du setzt dich gefälligst hin und machst, was ich will. Das ist genau das, was wir nicht brauchen. Wir brauchen Menschen, die ihre Meinung sagen. Wir brauchen Menschen, die klar zu dem stehen, was sind und respektvoll und wertschätzend, dabei bleibe ich, absolut, respektvoll und wertschätzend mit dir diskutieren. In den Diskurs gehen, damit wir uns gegenseitig unterstützen, damit wir uns gegenseitig dazu bringen, besser zu werden. Wenn dein Kind, dein Mädel, dein Junge, ist völlig egal, wenn das plötzlich gut reden kann, macht es bessere Vorträge in der Schule und wird dadurch bessere Noten bekommen. Es wird sich in Bewerbungsgesprächen und anderen Gesprächen durchsetzen und wird anders überzeugen. Dein Kind wird plötzlich ganz, ganz anders auftreten, weil es sicher ist, weil es selbst sicher ist. Unfassbar, was da für Möglichkeiten liegen, einfach nur, weil Kinder plötzlich rausbrechen aus dieser Schublade, aus dieser Hülle und sagen, ich bin hier, ich zeige mich. Und du merkst, ich bin heute ein bisschen emotionaler, weil es mir darum geht, bitte lass die Kinder raus. Ich erlebe so viele, die dann rumdruckst und da kommt nichts und das nervt mich, denn unsere Jugendlichen, unsere Kinder, die sind einfach toll. Und ich mag es, mit diesen Menschen zu arbeiten. Wenn du jetzt sagst, das ist eine Idee für mein Kind oder auch für mich und in Gesprächen einfach besser sein, da gehen wir hier unten drunter, da habe ich dir einen Online-Kurs hingepackt. Du hast echt für ein kleines Geld eine große Wirkung und vielleicht hilft es dir, vielleicht hilft es deinem Kind, einfach besser zu werden. Schau mal rein, ich freue mich, wenn es dir hilft und wenn du sagst, der Kanal ist cool, gerne abonnieren. Bis dann.